Hier auf der Loreley, fast auf den Tag, genau vor 20 Jahren, fand hier das letzte Konzert statt. Ich erinnere mich noch, als die Ankündigung von der Kelly Family kam und sie drei Konzerte zum Verkauf gegeben haben. Das erste Konzert war nach 20 Minuten ausverkauft. Das zweite nach zwei Stunden und das dritte nach vier Stunden. Kurz danach haben sie uns die große Freude bereitet, als sie sich bereit erklärten, dass sie ein neues Album herausbringen wollen. Dieses großartige Werk We Got Love ist inzwischen unfassbar erfolgreich geworden. Und ich weiß, ich weiß ganz sicher, dass dieser Erfolg, und das war das, was die Kelly Family immer ausgezeichnet hat, dass dieser Erfolg durch euch gekommen ist. Sie haben inzwischen von We Got Love über 500.000 CDs verkauft. Das ist ein sehr genanntes Konzert. Sie haben in fast allen europäischen Städten gespielt und über eine halbe Million Zuschauer angelockt. Das ist euer Erfolg. Aber heute Abend lasst uns alle gemeinsam die Kelly Family ehren. Und so möchte ich anfangen, indem ich für diese über 500.000 verkauften CDs, schaut her, gib mal einen fenden Applaus. Und es geht weiter, es geht weiter. Und als nächster John, komm nach vorne. Es ist euer Erfolg, es ist eures. Und jetzt, der Nächster hier auf der Bühne, bitte einen fenden Applaus. Angelo! Und jetzt wird es sportlich. Bitte fenden Applaus für Kelly! Es geht weiter. Draster Performer, bitte geben Sie meinen fenden Applaus. Last of Us mit Jimmy!